Je mehr mit der Vorhand spielt, wenn er jetzt im Ballwechsel drin ist, dann hat er eigentlich schon seine Vorteile. Man merkt, er spielt viel in die Mitte. Jetzt die Vorhand, jetzt kommt bestimmt wieder ein, irgendwo in Richtung Mitte. Stark. Das ist ja irre. Super geholt. Dann hat er angreifen können, wieder Mitte, nochmal Mitte. Ja, das sind die Paarungen, jetzt geht es nach außen. Stark. Das ist...